Seine Generation wird sich beleidigen, seine Generation. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tilted Field 1 Zusammenschnitt. Spendi, Burak und ich waren mal wieder auf dem Schlachtfeld unterwegs. Und was uns dort widerfahren ist, ist relativ witzig. Solltet ihr natürlich nicht zu ernst nehmen, wenn da einen ziemlich geilen Mitspieler, den guten Jon, das hieß er, glaube ich. Und ja, der hat sich nicht so viel bewegt, würde ich mal behaupten. Nicht zu ernst nehmen, viel Spaß. Aufpassen, Granate. Ey, sag mal, wo... Achso, hallo, hallo, da ist ein Typ. Achso. Loh. Ey, komm, Alter, ey, das ist... Ich seh den nicht. Aber was war das gerade für den kleinen Rommel? Ich seh den nicht, Alter, ey. Rüber da. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich könnte so abkotzen, Alter. Was ist denn das scheiße? Ich könnte so abkotzen, Alter. Was ist denn das scheiße? Jo, ist okay. What the fuck? Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Ich schwöre alles, ich kotze gleich. Ach, das ist... Fahr doch, du Mistgeburt. Low-Shift. Low-Shift. Ja, aber ey, aber warum steht der eigentlich so weit abseits, gell? Ihr könnt ja mal... Weiß nicht, Mann, ey, dieser Spast, Alter. Weil der Idiot nicht den ganzen nach vorne fährt. Weil der ganzen nach vorne steht. Move, schützend zu... Ey. Guck mal, guck mal, guck mal, was... Lass doch! Lass doch! Scheiß witziger, fahr doch. Jetzt ist der Hinter... Ah, wie kommt... Nein, Mann, ey, ich platze da hängen! Ich kotze. Ich platze auch gleich in diesem Schiff. Der fährt nicht! Zeig doch aus, Alter. Ich kann... Wohin soll ich denn? Soll ich da trinken? Ey, dann mach süß, Alter. Schei... Wie heißt... Wie heißt der Cap... Captain Horensohn? Also schärft eure andere Farbe. Schärft euch das gut. Wir werden... Oh... 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 Spast! Wir bekommen Verstärkung... Echt? Nicht... Ey, nee... Halt dich schon wieder, Mann. Hahaha... Hahaha... Ey, aber geh bitte diesmal nicht ins Schiff, Budak, Alter. Ey, ich fahr... Ich fahr im Schiff jetzt. F1. Ey, diesmal... Also jetzt... Diesmal bin ich... So, jetzt... Also bei mir geht's jetzt aber auch... Nein, ich bin... Oh nein, ich bin nicht der Fahrer. Ich könnte jetzt schon das Schiff aussehen, eigentlich. Schneller! Ja, ich bin der Fahrer. Ey, das ist das ganze Mal... Joma, Fahrer, Fahrer! Hahaha... Hallo? Pferdchen? Hallo? Pferdchen? Hallo? Ja! Hahaha... Hohohoho Hoooo Ich kotze gleich, Alte Joanat!!! Jonas, Mountain Move ! Du bist nicht geworden Kann das ja schon down, Alder? Wie stimmt denn Arme? Oh nein, Mann Das geht's nicht! Ey, wie kommt man da drauf dahin zu gucken? Guck doch runter. Ey man, ich war doch grad so gut da oben. Bin die B1, B1. Ja, aber wir haben es jetzt gleich, ne? Ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht, yo. Was machst du da? Was? Das ist so, das ist so ein Witz! Ey, Alter! Wir verlieren Einsatzziel Aldert. Nein, Mann! Ich kotze echt gleich im Stradion. Ey, wuff! Nein, Mann! Ah! Ich bin rausgelaufen. Schiff, Alter, sei elender Hut. Ich werde ihn gleich. Ich adde ihn gleich. Ich beleidige ihn. Ich schwör, ich werde ihn adden. Wenn ich ihn adde, bin ich der größte Rubensohn. Ich adde ihn. Ich adde ihn und beleidige seine ganze Familie. Die ganze Zeit gleich im Teil. Ui, Ui, hier steht einfach einer. Hinter uns, hinter dir. Ich kotze, den ich da anhalten. Ich meine, ich adde den Ruben wohl jetzt. Wie kann man adden? Du sagst sofort, wie man adden kann. Äh, stimmt. Den Namen so. Und dann was? Den Namen so. Wie heißt der Bastard? Wie heißt der Bastard? Dick! Wie heißt der Bastard? Warum kass' ich immer von hinten? Mein Gehüt'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Es geht nichts rein. Den Dehnpuren zum... Ich hab' ihn geädet jetzt. 100 Leute sind auf dem Spot. Beleidige den einfach mal richtig rein. Ich beleidige ihn richtig. Seine Generation werde ich beleidigen. Seine Generation, Alter. Im Schiff und Macht drückt mich mal auf die Tastatur dieser Bastard. Bewegt sich nicht, guck mal wo der Schiff ist. Unser Schiff ist schon down. Nimm die Freundschaftsantragern. Nimm die Freundschaftsantragern. Dein Leben werde ich enden. Nimm die Freundschaftsantragern. Nur annehmen. Guck nur auf annehmen. Nur annehmen. Wo bin ich denn hier eigentlich? Guck mal. Das Gleiche hat sich nicht geändert hat. Nimm nur an. Nimm nur an. Nein, Mann. Dieser Hurensohn. Ey. Der übertrifft alles. Ey, bitte lass das doch mal hier fertig machen, Alter. Lass mal B machen da. Ja, wir nehmen grad ein. Ja, unter Beschuss. Geh mal da weg da. Ja, ja, der bleibt, der bleibt, der Beste ist da. Nein. Ihr kommt alles. Ich geh da. Ich geh. Campen, campen, campen. Ja, ja, ja. Egal. Ja, geil. Ich hoffe, ich hinkte meine Freundschaftsantrag an diese Bastrag. Hoffe ich nicht. Ey, ich schwör euch, ich werde den so kaputt flamen. Schön. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Der Jonas, Alter. Freundschaftsantrag gefremdet. Warte, ich flamen den in den Game nochmal. Was wirklich der fuck ist der? Jonas. Warte, nein. Ey. Jonas. Wie heißt der? Jonas das heißt der. Jonas das heißt der. Jonas das. Ja. Ja. Captain fucker. Captain fucker. Captain fucker. Doch. Jonas das. Das ist für uns. Was hat der hier gemacht? Hä? Was? Ey, ich will aus dem Kampfgebiet raus. Wie kann ich da neben meinen Händen schießen? Ey, wie fährt der sein Panzer der Jonas? Ey, wie kann ich im Game reden? Wie kann ich im Game reden? Wie kann ich im Game reden? Was, bist du auf einem Jonas gerade? Wie kann ich im Game reden? Bruder, das ist so ein dummer Low, Alter. Ey, wie kann ich im Game reden? Sag. Ich hab eingestellt mit Dingens. Du, das warst du. Bate, du ehliger. Wie bate. Ich glaub, wir können nicht. Bisschen zu. Es kann sein, ja. Oh, ich hätte so Rad machen können. Oh, shit. Hast du gesehen, wo er in der Schrift gekommen ist? Ja, ja. Nehm dir, kriegst du. Das ist doch keine Mistfigur. Alter. Ey, ich schwöre, ich hole gleich mein Scamming raus. Ja, gut. Fuck. Oh. Wuh. Ach komm, Alter, ey. Lass mich doch mal. Guck. Er wird ja manchmal stehen, Alter. Wir haben Einsatzziel. Emil verloren. Oh, mein Gott. Das. Ach so. Also, okay, ich fasse das zusammen. Er wird vom kompletten Spot beschossen. Vor ihm stehen Enemies. Er dreht sich um und gibt mir einen One-Shot. Also, manche Battlefield-Spieler raffe ich nicht. So, die werden... Guck mal, so angenommen, hier explodiert alle so. Vor mir 500 Gegner. So, dann würde ich mich jetzt umdrehen und einfach so machen und den Ein-Head-Shot geben. Ah. Ah. Ohne Scheiß, Mann. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, ja. Du kleiner Hu... Ah, mäh. Eben Hit. Eben Damage. Das war... Eben Damage. Das war lecker. Das ist so geil, ey. Ich hab bei keiner Waffe-Bajonett dran waren. Das ist eh scheiße. Yes, Sir. Wir müssen wieder angreifen, ne? So, Jungs. Ey, wenn das... Was müssen wir angreifen? So, jetzt geht's runter, Alter. Ja, ja. Wir sollen angreifen. Und die soll geil sein, oder was? Auf geht's. Aber ich weiß nicht ohne Scoop. Seh ich die doch gar nicht so krass. Du musst ja auch mit Rang. Über hinschauen. Cool. Direkt immer. Der Cheat ist immer noch. Hä? So einer schreibt, It's kept up removal time. Häh? Häh? Äh? Okay, die ist ultra. Okay, ich nehm alles zurück. Jonas! Jonas!